Die Bundesregierung hat dringend davon abgeraten, Feuerwerk zu veranstalten. Das ist das Ergebnis. Es ist weniger als sonst, ja. Aber es reicht. Es reicht, ja. Es ist weniger als sonst, ja. Und das denkt man, die spinnen, die Deutschen. Der weiß nicht, was los ist, normalerweise. Ja, alles klar. Geht der runter? Ja. Ja. Wow. Toll, das war klasse, ich habe hier mehrere gleichzeitig gezündet.